Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Don't Starve mit mir, den Simon. In der letzten Folge haben wir ordentlich losgelegt, ordentlich vorgesetzt. Und jetzt haben wir schon Lager und alles und jetzt ist der nächste Plan erstmal Backpack machen, ne? Backpack, so, zack. Carry my stuff. So, erste Sahne, erste Sahne. Ihr seht, in dieser Folge werde ich auch wieder richtig, richtig schnell machen. Weil ich das Gefühl hatte, dass ich... Ich habe ja einige Fehler gemacht und vor allen Dingen, dass ich schnell sein. Das ist, glaube ich, in Don't Starve wirklich richtig, richtig gut. Gut, Razor brauchen wir. Können wir uns das abrasieren? Will ich eigentlich gar nicht. Weiß ich, ob das überhaupt was bringt oder ob der wächst. Ähm, äh, das Beste, was wir uns am Anfang natürlich machen können, ist Food. Äh, da, Cooking Pot. Stein, das Zeug und Kohle. Das ist so ein bisschen mein Ziel, würde ich sagen. Weil dann kann ich mein Essen richtig gut verwenden, richtig gut einsetzen. Ist das hier schon ein kaputter Ding? Ne, das ist einfach nur so kaputt gewesen. Den können wir anzünden. Leid. Ja. Das wird aber nicht reichen, denn wir brauchen mehr zum Anzünden. Ich will nur die sicher anzünden, dass ich hier nicht, weil der Wald ist hier relativ nah beieinander. Dass ich hier nicht außer denen alles anzünde. Ah, guck euch das an. Wenn ich die hier so ein bisschen wegmache, kann ich, glaube ich, das hier einzeln abfackeln. Dann mache ich zur Sicherheit den hier aber auch noch weg. Ich habe mir gar keine Waffe gebaut, wa? Scare Time is coming. Oh, hupsala. Okay. Nicht schlimm, nicht schlimm. Ah, da sind die. Komm, nicht auf mich drauf gehen, nicht auf mich drauf gehen. Ah, scheiße. Geh natürlich direkt auf mich drauf. Okay, das ist gar kein Problem. Da ist ein Grabstein, okay. Ich ziehe das trotzdem an. Zack. Nein. Light. Burn. So, okay, das sollte eigentlich passen, oder? Oh, bitte nicht brennen, bitte nicht. Nein. Ich glaube, ich habe gerade den ganzen Wald abgebrennt. Ja, habe ich. Oh Gott. Okay, passiert, passiert. Nicht schlimm. Alles noch gut. Kann ich mal aufhören, mich hier anzugreifen? Okay, danke. Scheiße, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Oh, was ist denn da gestorben? Ein Kaninchen. Geil. Ich glaube, jetzt kriege ich relativ schnell Probleme mit diesem Baum. Was machen wir denn das? Habe ich dadurch, habe ich dadurch einen Nachteil? Jetzt mal ganz ehrlich, das hört sich doof an. Ich habe natürlich jetzt ganz viel verbrannt. Aber habe ich natürlich überhaupt einen Nachteil? Ich meine, ich habe jetzt auf jeden Fall ein bisschen was an Kohle, oder? Alter, sind die viele. Oh, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Aber ich brauche die Kohle. Damit kann man bestimmt auch gut Feuer anmachen, oder? Wie weit hat sich das ausgebreitet? Ist gar nicht mehr am Brennen, ne? Aber da hinten alles voll. Oh Gott, oh Gott. Oh, weia. Wer ist jetzt der Böse? Die Spinnen oder ich? Also eigentlich sollte jetzt dieser Baum kommen und mich töten. Aber wir haben theoretisch, vielleicht ist der Baum, also vielleicht haben die Pigments auch was gegen den Baum. Dann wären die auf meiner Seite. Das wäre richtig krass. Okay, zwölf reichen erstmal. Ich habe Angst, dass die dann irgendwie weggehen später. Ups, oder? So. Wo muss ich hin? Unten rechts. Da ist sogar ein Weg irgendwo. Da ist er. So, dann sind wir richtig schnell da. Schnell ist ja das Thema dieser Session. Ja, alles gut. Zack, 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 zack. Und Feuer machen. Zweimal reicht, glaube ich, für die Nacht. Ähm. Science. Ne, Food. Chakul. Steine. Steine. Steine habe ich ein paar oder nicht? Zwei? Warum habe ich denn nur so wenig? Wo ist eigentlich mein Freund? Die sehe ich auf der Map, ne? Da unten rechts ist der. Da was? Ne, warte. Wo sind die ganzen Steine? Ich habe doch ganz viele Steine kaputt gemacht, oder nicht? Das ist ein bisschen doof. Heilen die mich hier, oder? Die heilen mich ein bisschen. Ich esse mal alle. So. Habe ich ein bisschen wieder was. Ich brauche auch wieder Essen. Koche ich die mal alle. Weil bis zum nächsten... Ich glaube, bis ich das Ding gebaut habe, bin ich verhungert. Das Kochding. Deshalb lohnt es sich, das jetzt nicht alles zu bunkern. So. Ich esse mal nur so gang, bis ich better bin. Ja. Jetzt kann ich auch noch gucken. So. So. Nächster Tag, nächster Tag. Ich brauche Steine. In meiner Nähe. Habe ich leider keine, oder? Scheiße. Doch. Oben rechts. Oben rechts sind ein paar. Die hole ich mir mal direkt. Ich habe echt richtig risky gespielt mit den ganzen... Oder ist sogar direkt einer. Das wird wieder geleckt. So. Mit den ganzen Spinnen, die ich getötet habe, ey. Ich habe wirklich echt viele Spinnen getötet. Zack. Steine. Das brauche ich jetzt. Steine und diese Dinger hier noch. Genau. Dann kann ich mir so ein Cooking-Ding machen. Cooking-Pot. Und dann kann ich das richtig effizient benutzen. Oh, das ist schon wieder so ein Hase. Den könnte ich mal töten, wenn ich gerade dabei bin. So, STRG-F brauche ich für den. Upsala. Hey. Jetzt habe ich meine Kamera verlegt. So ist richtig, oder? Oh, die sind auch da mit One-Shot. Gut, gut, gut zu wissen. Unter mir sind welche? Unter mir sind Steine. Ich glaube, die können was richtig eingestellt, oder? Ich meine schon. Da habe ich auch noch dieses Nitre-Ding. Das ist ein bisschen komisch. Da weiß ich auch noch nicht, was ich mit anfangen soll. Hier sind schon wieder Spinnen. Alter Schwede, da sind ja viele Spinnen. Und zack. Das sollte doch reichen, oder? I'm not feeling so good. Die Dinger kann ich auch schon mal mitnehmen. Die wachsen ja einfach so nach, ne? Dann kann ich mich jetzt gewöhnen, die Schippe immer wieder zu benutzen. So, zack. Zack. Ich glaube auch, wenn ich drei Karotten nehme und ein Fleisch, bekomme ich trotzdem Fleischbällchen daraus. Da habe ich ja jetzt schon zweimal Fleischbällchen. So. Was ist das auch immer? Green Mushroom. Habe ich den da ausgeholt? Oder ist er einfach so schon in dem Modus, dass er erst nachwachsen muss? Ich weiß nicht, ob die Seeds essen. Essen die Seeds? Oh ja. Komm, hast gekackt. Scheiße, das wollte ich nicht. Nein, das war dumm. Äh, scheiße. Egal. Cutstone muss ich mir jetzt erstmal herstellen. Rope. Cutstone. Ich glaube zweimal, oder? Oh Gott, die machen jetzt echt viele Geräusche, die Typen. Was fehlt mir noch? Ah, dreimal Cutstone, okay. Das kriege ich hin, das kriege ich hin. Oh, wunderbar. Erste Sachen, das wichtigste Ding. Ja, komm. Ja, zack. Und alles rein. So. Und so. Guck. Kommt mein Ding eigentlich nicht mehr mit? Der hier? Bleibt jetzt eigentlich immer hier? Kann ich mal ein bisschen was da reintun, ne? Oh, die Dinger kann ich planten. Wo baue ich meine Farm hin? Einfach hier irgendwo hin. Denke ich mal, oder? Sollte jetzt nicht so einen großen Unterschied machen. So, plant. 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 Ah, ich hab nur eins. Plant. Okay, okay. Ah, das sind meine Meatballs. So, die esse ich jetzt erstmal. Eat. Wolfgang is better. Öffnen, alles reinballern. Kochen. So, das ist schon mal gut. Mh, dann lass ich trotzdem. Alter, die haben ja nichts gedroppt damit, ne? Keine Kacke, wenn ich das so gebe. Die kacken nicht dadurch, okay. Kacken die hier durch? Ich lass das einfach mal alles fallen. Könnt ihr sich das nehmen, ne? Nur die Scheiße nehmen. Nein, nur die Scheiße. So, nehmt euch das mal. Äh, das hier nehm ich. Zack. Ist eigentlich auch in meiner Nähe, also. Aber trotzdem nehm ich die mal. Also, ich kümmere mich gar nicht mehr erstmal um die Dinger. Solange das Monster nicht kommt, muss ich das auch nicht aufräumen. Ich hab schon ein bisschen Kacke. Das ist schon mal erste Sahne. Ähm. Da bin ich. Darum sind noch so ein paar Sachen. Okay, was mach ich jetzt als nächstes? Essen sammeln. Eine Farm aufstellen. Und dafür baue ich am besten ganz viele Berries. Ich brauche mir auch schon mal diese Dinger. Aber ich werde jetzt alle Berry-Büsche, die halt nicht komplett in meiner Nähe sind, erstmal abbauen. Im Moment kann ich ja noch rumlaufen. So sollte ja noch alles klar gehen. Ich geh am besten erstmal ein Gebiet, was ich noch nicht erkundet habe. Also hier rechts. Die Mushroom sind hier. Ich hab noch gar keine Waffe gebaut, ne? Nimm die mal mit. Zack, zack. So. Okay, hier ist was komisches. Pick up ring thing. Ja. Da sind ganz viele böse Flower, aber okay. It will bend in perfect cycle. Das ist ne gute Flower, ne? Ich weiß nicht. Nehme ich einfach mal mit, wa? Gute Flowers, die sind ja auch da zum Heilen so ein bisschen. Ich hab noch einmal Meatballs dabei, oder? Hab ich? Ach ne, ich hab die gemacht, aber die liegen da. Ups, hoffentlich isst die keiner von den Schweinen. Ne, das machen die nicht, oder? Oh. Das wär schon echt dreist. Ich könnte das Pickhouse hier abbauen und bei mir wieder aufbauen. Oder halt eins craften und dann aufbauen. Also mal, geh mal weg. Geh mal weg. Ja, ich werd mal erstmal ganz viele von den Dingern. Dann hab ich auch keine Sticks-Probleme mehr. Die hat man ja auch teilweise am Anfang. So. Geh weg, geh weg. Okay. So. Äh. Das ist ein Spinnen, ne? I'm not feeling so good. Ich glaube, der hat auch ein bisschen mehr Hunger, der Wolfgang. Oh, der bin ich schon wieder? Oh ja. Schon wieder bei meinem Lager. Das ist eigentlich fix. Das sind meine Meatballs. Okay, der hat keine gegessen. Aber hat hier jemand noch was gegessen? Ja, kann sein, ne? Sind die vergammelt? Ne, oder? Ach nee, das ist die Kacke. Okay, Meatballs essen. Die bringt schon echt einiges, gell? Okay, die Kacke kann ich schon mal hier verfördern ein bisschen. So. Hier kommt also meine Farm dann hin. Flaus kann ich hier eigentlich abpicken. Zack, zack, zack. Esse ich ein bisschen, um mich zu heilen. So. Heilung ist nämlich auch sehr wichtig. Gehdinger aufstellen. Plants. Plants. Hupsala, hupsala. Es wird dunkel. Oh oh. Alles gut. Ich hab nur vergessen. Zack, zack. Dass das Ding ich gar nicht mehr hatte. So weit ich weiß, kann ich Seeds leider nicht kochen. Oh, warte, das soll ich wegschrecken. Hm. Hab ich noch was zum Harpsen? Nee, was? Leid zum Kochen? Nee, nicht so wirklich. Kann ich die ausrüsten und die gleichzeitig planten? Ja, oder? Kann ich doch. Plant. 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 Und hier oben noch eine Reihe, wa? Ah, das ist schwer. Ich darf nicht aus Versehen auf Light drücken, ne? Das wäre ja richtig ärgerlich, wenn ich die aus Versehen anzünde. Okay, davon haben wir jetzt alle geplantet. So, dann steck ich das wieder weg. Okay, erste Sahne. Uns geht es relativ gut. Die hier will ich für Kacke eigentlich verwenden. Das ist unser Freund. Der jetzt irgendwie nur noch da chillt. Irgendwie. Ich glaub, sobald ich ein Lager mache, chillt er da beim Lager einfach was. Ähm, was hab ich denn noch, was ich mir kaufen kann? Bird Trap. Oh. Die kann man einfach so bauen. Aber wie kann ich... Was hab ich hier denn noch? Medic Farm, Improve Farm, B-Box. Rack. Icebox. Oh. Slowly Food Spolage. Dafür brauch ich... Gears. Hab ich nicht. Äh... Da, iss mal. Zack. Okay, also trotzdem... Es gibt sehr viel, um das man sich kümmern kann. Aber ich will mich nur an eine Sache kümmern. Und zwar um Essen. Darum muss ich mich kümmern. Es gibt nichts anderes. In meiner kleinen Welt. Der Typ verfolgt mich nicht mehr, ne? Nö, der verfolgt mich nicht. Der chillt jetzt da. Als Box einfach. Ist eigentlich auch ganz schick, ne? Ich glaub, von den Dingen hab ich genug. Da. Der ist ein bisschen weiter weg. Den nehm ich mir. So, ich hoffe, ich hab keinen Nachteil dadurch, dass es regnet. Okay. Okay. Gehen wir mal... Woanders hin. Okay. Ignorieren wir mal diesen Wald, den ich komplett zerstört habe. Wo hab ich denn noch mehr... Ich brauche mehr... Da, davon. Oh Gott, es ist gewittert. Oh, okay. Da. Ich weiß, dass man angeln kann. Das hab ich auch mal letztens irgendwo gesehen bei einem. Also wenn ich mir eine Angel baue, kann ich hier schon mal angeln. Alter, es ist am Regnen. Okay, die kämpfen dagegen ein. Eigentlich will ich, dass die... Dass wir gewinnen. Dass die Spinnen nicht gewinnen. Also helf ich mir mit. Oh, die haben den getötet. Komm, wir helfen ihm. Oh Gott, sind das viele. Aber es läuft, oder? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay, alles gut, alles gut. Okay. Das war ich nicht, ne? Ich hoffe, das geht nicht auf meinen Counter. Oh, das ist Butterfly. Oh Gott, alle... Der Blitz ist eingeschlagen und alles brennt. Wunderbar. Alter, noch mehr kaputt. Oh, der Schwein hat überlebt, das Schwein. Hallo. Alter Schwede. Alles brennt. Oh Gott, ey. Das war nicht meine Schuld. Möchte ich nur nochmal bekräftigen. Ich habe damit nichts zu tun. Steine. Kann ich auch gebrauchen. Wo habe ich denn... Habe ich das Ding gedroppt aus Versehen? Oder ist es kaputt gegangen? Egal, wo ich mir neu ist. Oh, wie ist denn? Ausgerüstet. Okay. Okay, sehr gut. Zack, zack, zack. Steine brauchen wir ihn auch immer. Aber noch mehr baue ich hier eigentlich. Oh, ne, da will ich nicht rein. Obwohl der aussieht wie Steve, so ein bisschen, ne? Butterfly. Kann ich den nehmen? Da sind viele tot. Ich glaube, hier raus kann man auch solche krass coolen Sachen bekommen. Blue Gem. Zum Beispiel diese Maschinenteile oder sowas. Nur, dass ich dadurch, glaube ich, ein bisschen was verliere an geistige Gesundheit. Die Dinger sind nice, aber die ignoriere ich jetzt mal. Okay, gibt es echt nicht so viele von diesen Bären-Dingern. Bären-Büschen. Davon hätte ich gerne ein bisschen mehr. Okay, es hat aufgehört zu regnen. Aber auch langsam echt ein bisschen nervig, wa? Mehr davon aufsammeln. Okay, ich hab... ...relativ viel Scheiße wieder im Inventar. Oh Gott, sind hier viele Spinnen. Spinnen, ich weiß nicht, nachher, die entwickeln sich ja richtig krass, ne? Eigentlich hab ich nicht so wirklich Bock auf Spinnen. Also ich hab gehört, dass man irgendwie von denen leben kann auch. Aber wenn ich so Fleisch esse, dann werd ich ja verrückt, oder nicht? Das tut mir doch weh, oder nicht? Krieg ich nicht sogar Leben abgezogen? Oh, da oben. Okay, geh weg von deinem Bau. Da ist er. Störung F. Störung F. Okay, falsch. Nochmal. Oh, ich hab ihn nicht gewandt. Jetzt hab ich ihn. Okay, das sollte genug sein. Komm. So, zack. Für, ähm... ...ne Suppe. Ist das richtig eingestellt, die Kamera? Ich glaube nicht, oder? Sieht sehr falsch aus. So sieht richtig aus. Okay, okay. Ähm, Cooking Pot. Äh, da. Hab ich nix anderes? Das ist ja jetzt ein Scherz, oder? Scheiße. Ah, das ist echt nicht gut. Ist das jetzt noch da drin, ja, oder? Kann ich sogar lagern, da. Voll gut. Ja, scheiße. Wo sind meine Berries? Ach, da. Ich hab einen Berry. Okay, nächster erfolgreich. Scheiße. Okay, die baue ich hier auch schon mal. Kann ich auch schon mal direkt Kacke drüber ballern. Weil ich ein bisschen was habe an Kacke. Äh, die esse ich einfach so. Ich brauche eine Kiste. Die sind darunter Sachen, oder was? Science kann ich was bauen. Ah ja, logischerweise Science-Maschine. Rope. Strukturen. Bretter. Äh, Bretter. Zack. Kann ich, glaube ich, nicht genug machen, oder? Reicht das schon? Tempel-Mescher. Einen Bretten mehr brauche ich. Schnell bevor es Nacht wird, werden wir ein bisschen Holz fällen. Auch wenn übel viel einfach hier abgebrannt ist in der Nähe. Haben wir immer noch genug, glücklicherweise. Aber irgendwann wird selbst das ausgehen, wenn wir da nicht nachpflanzen. Deshalb habe ich hier auch nachgepflanzt. Ist ja alles in Ordnung. Oh, ist das Ding jetzt kaputt gegangen? Ah. Erst mal ein bisschen positionieren wieder. So. Wunderbar. Wunderbar. Alles für Bretter. Kurz bevor es Nacht wird, kann ich hier alles nochmal abholzen. Da kann ich sowieso nicht mehr weit weg gehen. Nimm. Ich könnte Scheiße versuchen zu suchen. Nämlich halt die Viecher da finde, ne? Ich glaube, bei den Schweinen bin ich auch relativ sicher da bei meinem Camp. Weil die werden mich ja eigentlich so verteidigen. Relativ gegen, auf jeden Fall gegen Spinnen, ne? Das sind relativ viele. Und die geben Scheiße. Auch wenn die nicht so effizient Scheiße geben. Weil man braucht dafür Essen. Aber sie geben immer einen Scheiße. Natürlich sind besser diese Bisam-Dinger. Aber irgendwie finde ich nicht so viele Berries, ne? So, einen noch. Und dann kann ich mir eine Kiste bauen und meinen Scheiß da reintun. Wobei ich eigentlich auch schon eine Kiste habe. Und zwar die ist eine Feder. Nicht, dass der... Also ich tue das ja in seinen Mund rein, ne? Nicht, dass der das irgendwie irgendwann einfach ist. Hm. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Äh, ja. So, baue ich mir mal eine Kiste. Ähm... So. Nein! Ich habe Probe gebaut. Wollte ich gar nicht. Okay, so. Zack, zack. Kann ich bestimmt auch was ganz Tolles mitmachen. Russell kann ich mir da mitmachen. So, Kiste erstmal. Da balle ich schon mal ein bisschen was rein. Sachen, die ich nicht brauche. Das ist eigentlich mein Freund. Der ist da noch, ne? Okay, der hat auch noch ein bisschen Platz. Gehe ich das da rein, das da rein. Ich mache den erstmal voll hier. Nutzerfleisch, was ein bisschen seltsam ist. Äh, ja. Okay. Rope kann ich da erstmal reintun. Ich weiß jetzt nicht, was ich damit brauche. Oh, die Folge ist vorbei. Ja, ich würde sagen, äh, wir haben gefühlt wieder viel erreicht. In der Folge haben wir, glaube ich, sogar das Cooking Pot noch gebaut. Und das fühlt sich schon wieder an, als wäre es tausend Jahre her. Ähm. Ja, ich hoffe, ihr mögt das so, dass ihr so viel spurtet. Aber, äh, wir kommen auf jeden Fall voran. Das ist doch schon mal was Gutes. Ich bin ein bisschen hektisch, aber ist ja auch mal was Schönes, ne? Dass wir nicht so tausend Parts irgendwo rumchillen. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.